Im Januar dieses Jahres gab es eine Veröffentlichung in der FAZ, die mich sehr überrascht hat und die sofort eine weitere Anfrage vom FAZ-Magazin nach sich zog. Bekannt bin ich eigentlich geworden für meine Architekturbilder, also weniger berühmte Architekturen zu zerlegen im 35mm-Film als Kontaktbogen, die einzelnen Segmente und Kuben in Bewegung zu versetzen und hier kam jetzt die Anfrage vom FAZ-Magazin, geht das auch mit Menschen? Geht nicht, gibt es nicht und dafür müssen wir ein bisschen Technik umbauen, etwas neu erfinden und mit der entsprechenden Unterstützung wird das gehen. So gesagt, so geschehen, rückte FAZ-Magazin mit Stylisten, Model und jede Menge Klamotten an. Schuhe über Schuhe, Jacken, Hemden, Pullover, Hosen, alles geplant für zwei Tage Shooting in Siegeln. Die Fragestellung für das FAZ-Magazin und für mich war, kann Modefotografie heute noch überraschen? Und das kann die normale Fotografie eben kaum noch, weil ein Shooting ist eigentlich fast immer das Gleiche. Wir wechseln den Hintergrund, wir wechseln Model und die Kleidung, aber die Bewegungen vor der Kamera, die Posen wiederholen sich eigentlich. Es gibt ein richtiges Manual, für welche Posen man denn jetzt finden könnte. Die andere Bildsprache gegen ein idealtypisches Bild, die war hier gefragt und ich glaube, dass ich genau dieses liefern kann. Nämlich ein Bild zu schaffen, das Idealvorstellungen hinten rüber wirft, hinterfragt und etwas Neues liefert. Für das Model war das ziemlich anstrengend. Wir mussten Posen finden, die das Model in der Regel eine halbe bis Stunde halten konnte oder Positionen zurückfinden konnte. Etwas ungewöhnlich. Model hat das super gemacht und die Ergebnisse überraschen uns heute. München, das heißt es. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017